Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schöne! Schöne! Liebe Mitbrüder, Schöner-Amt, die Finanzleute, Brüder und Schwestern im Herrn. Seit über einem halben Jahrhundert Pilgern Heimatvertriebene zu dieser marianischen Gartenstätte hier im westfälischen Land. Wir haben sich so heimatlichem Rauchfolgen eingereiht in die unübersehbare Prozession von Pilgern, die seit Jahrhunderten hier zu diesem Heiligtum kommen, um der Mutter Gottes ihre Nöte und Sorgen anzuvertrauen und auf ihre Türsprache Hilfe und Trost zu erfahren. Und so haben auch wir uns heute auf den Weg gemacht zu dieser Stätte der Gnade, um uns dem Schutz und der Fürbitte Mariens zu empfehlen und sie in den vielfältigen Nöten unserer Zeit und ihrer Hilfe anzuheben. Und so haben wir uns heute auf den Weg gemacht. Nur Danken kann nicht mehr noch gehen, Nur Danken kann nicht mehr noch gehen. Gnade, 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 Gnade. Gnade, 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 G Wir freuen uns, dass du bist. Wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Wir freuen uns, dass du kommst zum Heil der Welt. Ganz, ganz herzlich unserem Abt Adalbert von Maria Laken, geboren in Radimor, ganz, ganz herzlich danke, dass er dieser Tischgemeinschaft und der Dankfeier vorgestanden hat und uns in seiner Predigt ermutigt hat, uns unseres Gottes, unserer Kirche und auch der Liebe, die uns miteinander verbindet, zu erfreuen. Die Freude an Gott ist unsere Stärke. So können wir... Ich möchte meinerseits ein Wort des Dankes hinzufügen. Dank an den Vorstand des Zetichswerkes, der mich zu dieser Wahlfahrt eingeladen hat. Dank an die Söhne des Heiligen Franks, die mich beherbergt haben. Dank an die Konzelebranten, die mit am Azar standen. An die Westdiener, an die Musik und an alle, die mit diesem Gottesdienst und der Vorbereitung etwas zu tun haben. Der Herr sei mit euch, und mit deinem Geister. Seinen Segen gewähre euch der Allmächtige Gott, der auf das Bekenntnis des Petrus die Kirche gegründet und durch ihn die Brüder im Glauben gestärkt hat. Amen. Durch Paulus hat er die Freidenvölker zum Glauben geführt. Das Beispiel dieses Apostels lehre euch, Menschen für Christus zu gewissen. Amen. Deine Gezeugten, die lehren mich zu. Christus am Kreuz, Paulus unter dem Schwert. Hierfür sprach ich, geleite euch zu der ewigen Heilung. Amen. Das gewähre euch der drei eigene Brot, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht in Frieden, Halleluja. Halleluja. Ganz sei Gott gemein, Halleluja. Halleluja. Und er hat uns zu Gott gesungen, der hat das Christentum. Lohn des Volkes, Herr, bleib uns und schild und wehrt, dass wir nicht lieben. Er kommt, wie du gelegst, der Blumen nach des Wind, Bleib für die Christenheit, ein Vorbild, alles fein, unser Lieblings. Für Gottes liebe Glanz, erfüll dein Leben Glanz, Mutter und Herz und Glück, was du magst, wie Sinn, unser Lieblings. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort, unser Lieblings. Wie streng der Heilige zu, hast du den Herrn gesucht. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deinem Wort. Everżyć, den Dunkel deines Leis, selbst bei der Sohne so, krankest du deine Sohne so, krankest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, Karolелиik dargericht zur Give-dest du deinem Wort. Verliebtest du das Kreis, die du deinem Wort. ... und das ist das hier auch. Wie ist das hier auch? Wow. Und wie ist jetzt meine schulische Liegestand am Tag? Ich bin eure neue Schwester. Das ist die Fahrt für Kantenat. Und zwar die krägischen Korn. Ja, ich bin gerade auf dem Hof ist ein Das ist ein Freund, das ist ein Freund, das ist ein Freund. ... ... ... ... ...